Dann muss Deutschland natürlich sparen. Die Kanzlerin hat selbst gesagt, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Und da muss ich sagen, wenn ich unsere Regierung so betrachte, ich habe auch den Eindruck, dass die über unsere Verhältnisse gelebt haben. Aber die Frage ist natürlich, wie kann es dazu kommen, wo doch in jedem Ministerium, in jeder Firma, wahrscheinlich bei Ihnen zu Hause möglicherweise ja auch schon, sitzen doch diese ganzen jungen, frischen Aufpasser, oder? Und diese Aufpasser sind im Grunde ja eine Berufsgruppe, die unter diesem Namen, der gleich folgt, noch nicht so lange wirken. Und zwar die Controller. Ich habe für die Controller einen Walzer geschrieben. Der ist nicht besonders gut, aber ich dachte, für Flensburg reicht's. Moment, das war gar kein Kompliment. Sacht schwingen die Schlipse der jungen Controller. Doch ohne Krawattenzwang wäre ihnen wohler. Die Effizienz ist hier das Maß aller Dinge. Drum tragen Sie schon mal den Hals in der Schlinge. Dankeschön. Marco Tschirpke.